Hallo liebe Freunde, Mann, ich bin schon so verklatscht. Dass ich nicht mal in Berlin die Begrößerung von meinem Kanal weiß. Es ist halb acht, ich sitze gerade im Abflugbereich von Toulouse-Blagnac. Letztes Mal, dass ich von diesem Flughafen hier abfliege. Und das erste Mal, dass ich an einem Flughafen von meinem Kanal vlogge. Geil. Ich bin um vier Uhr aufgestanden und ich habe in Blagnac gepennt. Das liegt näher am Flughafen als da, wo ich gewohnt habe. So bin ich schneller hier. Allerdings ist der in Flug eine Stunde früher gegangen. Das heißt, ich verbringe wahrscheinlich heute die Hälfte des Tages Anflughäfen. Hat ja auch was. Heute geht es nach Schottland. Genauer gesagt nach Glasgow. Und ich fliege über London Heathrow mit British Airways. Und ich lande dann in Glasgow, nehme dann den Zug, dann die Fähre. Und bin dann hoffentlich irgendwann auf Arran. Arran, wenn ich weiß, was das ist. Eine kleine Insel, ich war noch nie da. Soll richtig schön sein. Schottisches Flair. Viele Schafe, nein, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und bis dahin informiere ich mich mal ein bisschen über meine Sachen da. Nehme wehmütig Abschied. Obwohl ich das ja eigentlich jetzt schon die ganzen letzten Wochen getan habe. Ach ja. Und hinter mir habt ihr die Airline des Grauens. Oh. Mit euch fliege ich nie wieder, ihr Vollidioten. Nie wieder gehe ich bei euch an Bord. Ich wette, wenn ich bei euch jetzt an Bord wäre, wäre mein Flug auf jeden Fall schon eine Dreiviertelstunde zu spät. Ihr könnt euch ja jetzt schicken, Tikka, Masala oder sonst so hinschicken. Ihr möchtet gerne Flugzeug sammeln, Taxiflieger. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es ist gerade wie in Minecraft, wenn du einfach an irgendeinem Tier vorbeiläufst und es guckt dich an. Es guckt dich einfach nur an und es macht nichts. Ich bewege mich, es macht nichts. Okay, jetzt läuft es weg. Hm. Ich bräuchte eine Axt.